Peace Freunde was geht und herzlich willkommen beim nächsten Let's Play League of Legends. Wir zocken hier eine Runde mit Draven und das ist wieder, was heißt wieder, doch wieder ein Game mit Abonnenten, diesmal aber ein 5er Pre-Made. Das heißt, alle die hier dabei sind, sind auch Abos. Käpt'n Schmitty sollte schon bekannt sein vom letzten Video, Tri-Zone auch und jetzt ist noch dabei Yellowskill und Dead Knight. Und wir sehen Käpt'n Schmitty mit Kha'Zix im Jungle, Dead Knight als Leona, meine Supporterin und Yellowskill in der Mitte mit Nidalee. Fiora auf der Top-Lane als Tri-Zone. Ein gegnerischen Team haben auf der Bot-Lane wahrscheinlich Varys und Lux, denke ich mal. Varys im Jungle, Team auf der Top-Lane und Karthus in der Mitte, denke ich mal. Und los geht's. Ja, Lux und Varys. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Jetzt hat er dieses neue Item da aktiv, womit ich auch Gold bekomme. Wenn Leona jemanden tötet. Jetzt muss ich mal aufpassen, weil die Lux, glaube ich, im Busch wartet. So, wir können von mir engagieren. Donner, ich bin noch aufpassen. Und da ist wieder die Verklimmus. Ich bin noch aufpassen, weil die Dru-Verstellen sind gestern. Und hier, war es das Kart. Und dann kann ich nur die Zitzen. Und da kann ich alles hintersehen. Und dann kannst du deinen Zitzen. Ja, ich bin wieder was. Und dann kannst du hier, wenn du jetzt mit dem Einfluss. Und dann kannst du mich nicht mehr bei dir. Okay, jetzt bin ich eine Weile. und dann kannst du jetzt mal am Sammel. Ich bin wieder mal an. Das habe ich bin. Und ich bin noch mal schon mal. Schöööön, erstes Blut. Geht an mich. Komm schon. Ah, verdammt. Das ist aber richtig geil gemacht. Erstes Blut. Schön für uns. Schön für uns. Schön. Freeward wieder mal vergessen. Ist ja klar. Das ist ja... ...Tradition bei mir langsam. Schön, schon wieder ein kill für mich Ich würde auch lieber weggehen Ja, ich denke, ich denke, ich habe einen Lippe Kump, denke ich Ey das ist er gehen wir back holen uns Boots und das fette Schwert für mehr Damage die macht es so geil die macht es so geil gefällt mir richtig gut was die Leona da macht her so 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 Oh man, geil, 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 4-2 für mich. So, Bot-Tower gehört uns und Leon war nicht einmal zurück. Schön, nice! Ah geil, macht das Bock! So, schön. Läuft doch gut. Boah, kann uns gleich das Item hier instant leisten, ey. Richtig geil. Fiora geht leider down. So, schön. 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 Vorsicht Komm Yes Okay, back, come Und sie ruht sich noch Deluxe fast Und sie ruht sich noch Und sie ruht sich noch Ey, ich weiß nicht. Ich bin ruhig, ich weiß, ich bin echt ruhig und leise, aber es macht gerade so Bock, wie die einfach hier easy auf den Boden bekommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Tschöööön. Ach, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Schöööön, schööön, schööön. Go, 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 go! Schööön gemacht. Richtig schön gemacht. Die cover mich hier richtig gut, das Team. So macht's richtig Bock. So, mit Tor sollten wir uns jetzt auch mal langen holen. Ah, fast. Kha'Zix verschwindet da. Obwohl ich bleib. Komm, bot. Den Warwick kann man kriegen. Verdammt, jetzt wird Mitte gepusht. Oh nooo. Sorry, aber ich war nicht da. Oh, komm schon. So weit können wir das schaffen. Okay. Go, go, go. Oh nooo. Was für ein Damage wird aus, oder? Ich liebe Draven, ey. Macht richtig Laune damit. Oh, gut. Oh, lass mich hier. Oh, glaub ich. Das war's für heute. Das war nicht gut. Der Engage bzw. der Move war nicht gut. Ich komme, Freunde. Wir zocken hier 4 gegen 5 schon wieder. Leider. Leider, leider. Aber es läuft doch. Go, 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 go. Hey, wir ratzen. Damage was ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Einer mal Timo aufhalten. Das war's für heute. Hey, schaut's euch einfach nur an. Schaut's euch einfach nur an. Ich krieg gar nichts dazu sagen. Das macht einfach richtig Bock. Was für ein Engage hier brauchst du dazu. Nein. So, was von uns jetzt nichts ist. Was für uns als nächstes kritische Treffer und wir haben den fast bekommen, aber hat am Ende nicht gereicht. Ich würde sagen, wir gehen wieder auf critical. Critical ist Hammer. Mit Draven. Wie viel haben wir jetzt schon? 65%. Perfekt. Go, go, go. Komm schon jetzt. Göt mir. Göt mir. Tut mir leid. Ey, Top Lampen braucht Hilfe. Die pushen da hinten durch, ey. Ich würd sagen, wir pushen jetzt erst ganz zum Boot. Die schnäden und die schnäden. Was? Komm schon. Ah. Na, jetzt werde ich die mal lieben. Vielleicht kommt dann jemand. Wie die Angst haben. Vor uns beiden. Und die sind zu viert, ey. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. No. Ey, Mann. Das geht richtig, ja, Mann. Oh, das war ein schöner Spiel. Das war ein richtig schöner Spiel. So, wir kaufen uns jetzt endlich unser Freeboard. Dann übernehme ich mal die Top-Lane. Wer nie der Blue macht. Das war einfach zufrieden. Da konnte ich nichts machen. Da konnte ich einfach nichts machen. Die war da zu. Die 5. Was soll ich denn machen? So, jetzt holt euch mal. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Schön. Aber auch noch mit Ritty bekommen. Da wollten wir echt eigentlich den Timo erwischen. What the heck? Easy. ich will jetzt nicht zu viel riskieren ich kann nur top down zu gehen habt ihr das jetzt gesehen ok wir sind full 25% kritik sinnvoll ja dann haben wir noch die boots und dann können wir uns nur noch tränke leisten das sollte reichen das ist 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 sehr schön richtig geil gemacht das ist jetzt holen wir uns noch die zwei tränke hier boah dreifach tötungen sehr schön von k6 vierfach tötungen ha hat die das ist das das ist das ist das ist Die Team hat einen Individuen zu sehen. Tz, zwei Hitze, ey. Oh Geil, das war ein richtig geiles Game, ich hoffe ihr hattet Spaß Freunde und wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao ciao. Ciao.